So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir haben hier heute zwei schöne Autos dabei und zwar heute geht es um das Thema Unterschied zwischen 997 Turbo und 997 GT2. Da wir gerade glücklicherweise zwei passende Fahrzeuge da haben, dachten wir, wir machen heute mal ein Video dazu und haben dementsprechend diese Autos hier positioniert. Ich würde sagen, wir legen auch einfach mal direkt los und zwar, wir fangen mal an mit dem Optikbereich. Das, was man natürlich sofort als erstes sieht. So, was natürlich, wir fangen jetzt mal mit den Autos von vorne an, wir stehen hier gerade beide so schön. Also, wie man natürlich unschwer erkennen kann, die Schürzen sind bei beiden Autos anders. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter rum und zwar, was natürlich, was man nicht verfehlen kann, sind natürlich die Felgen, die klassischen GT-Felgen, wie sie auf dem GT3 oder wie auf dem GT2 sind. Bei den RS-Modellen war es meistens so, zumindest bei den Facelift-Modellen, dass sie mal Zentralverschluss hatten. Da das natürlich ein Vor-Festive-Modell ist, hat der das nicht. So, wie man sonst sehen kann, Schweller sind anders bei den Autos. Die haben extra, ja, noch wie so eine, ich sag jetzt mal, wie so ein leichtes Trittbrett, was der Turbo nicht hat. Der Turbo ist ganz glatt. Das haben sie damals optisch natürlich verändert bei dem Auto. Was auch nicht schwer zu übersehen ist, der Flügel. Flügel auch aus Carbon in dem Fall. Heckschürze ist natürlich anders. Heckschürze ist natürlich komplett anders. Alles für Abluft geändert. Die Ladeluftkühler haben die gleiche Position, hat aber den gleichen Effekt. Luft zieht vorbei, Vakuum entsteht, die Luft wird durchgezogen. Also ist alles sehr ähnlich wie beim Turbo. Hat halt nur eine deutlich andere Optik und kostet auch sehr, sehr viel. Also die GT2-Teile sind sehr, sehr teuer. So, da würde ich sagen, gehen wir mal zum Turbo. Dann gucken wir uns einfach mal den Gegensatz beim Turbo an. Wenn man hier vorne anfängt, der Turbo erkennt man sofort. Der hat die Nebelscheinwerfer drin. Das ist die standardmäßige Turbofront. Bei dem, wie man es natürlich halt auch sieht, der Kühler hat die andere Position. Er ist gekippt in die andere Richtung als beim GT2. Wie gesagt, der hat den Luftauslass hier unten drunter und nicht wie beim GT2 oben in der Haube, wie die Luft hier abziehen kann. So, dann Kühler sind hier genauso Serie wie bei dem GT2 auch. Also nichts Weltbewegendes. So, wie man hier sieht, der Schweller, wie beim Turbo halt üblich. Normal glatt. Korosserie sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Turbo und GT2 sind beide gleich breit. Also die Basis-Korosserie ist bei beiden Autos dasselbe. Heckflügel, klar, Turbo typisch mit dem ausfahrbaren hydraulischen Flügel. Der hat jetzt in unserem Fall noch unseren Ram-Air-Aufsatz, damit er besser Luft bekommt. Heckschürze auch relativ entschärft. Seriennah gehalten, unauffällig, dezent, wie das halt bei so einem Turbo halt üblich ist. So, gehen wir mal ein bisschen auf das Technische ein von den beiden Autos. So, der GT2 hatte ein wenig mehr Leistung als der Turbo. Das Auto war abgesehen davon auch ein Sechsgang-Handschalter. Der war in dem Fall Zweirad. Das Auto ist Allrad. Die gab es ab und zu mit Sperre. Nicht bei jedem Fahrzeug. Konnte man optional dazu wählen. Die Autos hatten serienmäßig immer eine Sperre drin im Getriebe. So, was sonst bei den Getrieben noch anders ist. Das ist zum Beispiel jetzt auf Basis 996. Das heißt, das Gehäuse und etwas ist alles wie beim 996 Turbo. Die Eingang- und Ausgangswelle ist deutlich dünner als beim Turbo. Hat den Nachteil, wenn man hohes Drehmoment bei dem Auto fährt, biegen sich immer die Wellen auseinander und meistens ist es der dritte Gang, der dann abreißt. So, was sonst noch anders ist, ist beim GT2 als beim Turbo am Getriebe, ist der Ölkühler. Die haben noch einen zusätzlichen Ölkühler für den Rennstreckenbetrieb, weil das Auto natürlich ursprünglich dafür gedacht war, auf der Rennstrecke am Limit bewegt zu werden. So und ja, damit man halt einfach beim Dauereinsatz die perfekte optimale Kühlung liefern konnte, haben sie dementsprechend den GT-Modellen halt immer noch einen Zusatz Ölkühler, Wasserwärmetauscher am Getriebe verpasst. Hat der GT3 und der GT2. So, was natürlich sonst anders ist zwischen den beiden Autos, ist zum Beispiel, die gab es alle ohne Schiebe nach. Den Turbo gibt es, wie man hier aussieht, mit Schiebe nach. Gab es bei den GT2-Modellen nicht, weil du sonst halt einfach einen Schwerpunkt im Dach hast, der halt einfach die Performance beeinflusst. Weil ein Schwerpunkt im Dach kippt das Auto doller im Kurvenverhalten. Das wollte man natürlich vermeiden, dass das Auto ein deutlich angenehmeres Fahrgefühl hat und vor allem auch daher auch eine größere, bessere Performance liefern kann. Ja, was hier ganz witzig ist, der hier hat die roten Rückleuchten drin. Die Kenner wissen es wahrscheinlich. Die ganz, ganz roten Rückleuchten sind eigentlich von den GT2-Modellen und er hat es genau umgekehrt. Er hat nämlich die weiß-roten drin. Er hat nämlich eigentlich die vom Turbo. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die damals wählen konnte beim GT2. Ich weiß, beim Turbo konnte man exklusiv damals die roten mit dazu wählen. Haben leider sehr wenige gemacht. Ich persönlich finde die roten Rückleuchten super schick. Ja, weil es halt einfach eine Farbe ergibt. Auch mit der Bremsleuchte und so. Man hat keine dritte Farbe mit dazu gezogen. Finde ich persönlich sehr schick. Würde ich bei meinem eigenen Fahrzeug auch so machen. Ja, gehen wir mal ein bisschen auf Technik generell von den Autos ein. Eigentlich ist es ganz witzig, dass wir diese beiden Autos hier haben, weil hier wurde der Spieß nämlich eigentlich mal umgedreht. Das Auto ist ja ursprünglich ein Allradfahrzeug gewesen. Das ist ein Zweiradfahrzeug. Dieses Auto ist nun ein Zweiradfahrzeug. Der Kunde hat sich damals dazu entschieden, das Auto auf Zweirad umzurüsten. Da ist eine größere Sperre drin, die wir verbaut haben. Und ja, das heißt, das Fahrerlebnis in dem Auto ist sehr ähnlich wie beim GT2, wie man es halt eigentlich erwarten würde. Und beim GT2 haben wir es genau andersrum gemacht. Der GT2-Kunde hat damals angefangen mit 750 PS. Dann kam der noch mal wieder 1000 und dann kam noch mal ein größerer Schritt mit 1200 PS. Und bei den 1200 PS haben wir uns dann dazu entschieden, das Fahrzeug auf Allrad umzurüsten. Also bei uns im Hause 9FF gibt es nichts, was nicht funktioniert. Also wir können die aus dem Turbo ein GT2 machen und aus dem GT2 ein Turbo machen. Ist kein Problem. Alles, was das Herz begehrt, ist bei uns grundsätzlich möglich. Das Auto hat hier einen 1000 PS Umbau mit Heckantrieb. Und der, wie gesagt, die 1200 mit Allrad, finde ich, ist eine sehr coole Kombination. Das Auto ist auch super bissig mit den 1200 plus PS, die der hat. Es ist wirklich ein absoluter Fahrspaß, ein genussiges Auto zu fahren. Genauso wie der, sehr cool, weil man halt ein Turbo erwartet mit Allrad und man jetzt dieses Zweiradauto hat. Der Fahrspaß ist mega. Also es ist absolut cool. Mal mit Abstand eins, also soll ich das erklären? Das Auto war schon sehr oft bei uns. Der Kunde hat sein Auto schon sehr lange, schon sehr, sehr viel Fahrspaß damit gehabt. Hat bald die 50.000 Kilometer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 50.000 Kilometer mit diesen 1000 PS gemacht. So und das Auto kommt alle zwei, drei Jahre mal für den Service, Kerzen, Öl, nix Wildes und das Auto fährt und fährt und fährt. Wenn man sein Auto gut behandelt, sich da vernünftig drum kümmert und ja, unsere normalen Serviceintervalle einhält und jetzt nicht gerade versucht, jedes Wochenende, 6er Gang, voll ausgedreht, Drehzahlbegrenzer, fünf Minuten am Stück am Limit zu fahren, hat man sehr lange viel Spaß an seinem Auto. So, das Auto hier haben wir vor zehn Jahren umgebaut. Ich würde sagen, den fasst es sogar im gleichen Zeitraum. Das Auto hat ja schon mehrere Evolutionsstufen durchlebt und auch schon ein paar Besitzer. Das Auto ist nämlich echt giftig. Also wenn man das Auto mal gefahren ist auf der großen Leistungsstufe, ich erinnere mich noch an den ersten Tag, wo ich mit dem Auto selber gefahren bin. Also aus meiner Erinnerung, wie ich das Auto kenne, wie gesagt, ist zehn Jahre her, ich bin jetzt 24, ich war 14, ich war gefühlt so, sie hat mir die Nase platt gedrückt an dem Auto und GT2, das Nym Plus Ultra. Und ja, vor ein, zwei Jahren kam ich dann mal in den Genuss, als das Fahrzeug mal wieder bei uns war, dieses Fahrzeug auch mal Probe zu fahren. Und ja, da ich halt ein paar Sachen in dem Auto umgebaut habe, war ich dann derjenige, der auch am Schluss gefahren ist mit dem Auto, um zu gucken, ob alles funktioniert. So. Naja, auf jeden Fall, ich weiß noch, mein Vater hat mich losgeschickt mit dem Auto und sagte zu mir, es reicht, wenn du Ladedruckstufe 1 fährst. Das Auto macht super viel Spaß, auf Stufe 1 ist der schon mehr als schnell genug. So, dann bin ich das Auto gefahren und wie das halt ist, ne, man setzt sich rein, probiert nicht Stufe 0 aus, sondern gleich Stufe 1. Weil Papa sagt, Stufe 1 ist gut, also wird das getestet. So, bin ich die Stufe 1 gefahren, war schwer begeistert, Auto hat super viel Spaß gemacht, aber irgendwie, irgendwie fehlte noch was. So, dann dachte ich mir, komm, fährst du mal die große Stufe? Mein Vater sagt, große Stufe brauchst du nicht fahren, die ist echt schnell. Ja, und die große Stufe war auch echt schnell. Ich hatte einen Kumpel damals dabei in dem Auto, als ich die Probefahrt gemacht habe und man fährt aus dem dritten Gang los, man lädt da rein in das Auto, von jetzt auf gleich schlagen die 1200 PS ein, 13, 14, 100 Newtonmeter, man fährt erstmal 100 Meter quer, Powershift vierter Gang und zieht das voll durch. Es macht unglaublich viel Spaß, dieses Auto. Man hat so eine hohe Emotion, die einem dieses Auto gibt, es ist unglaublich. Kann das Auto genauso gut, aber gerade der GT2 durch seine andere Fahrwerksabstimmung, die er hat und die anderen Aktkomponenten, ist das Auto echt mega fahrbar und macht super viel Spaß. So, da wir jetzt viel von außen und über Technik gequatscht haben, würde ich sagen, wir gucken uns mal den Innenraum an. So, also, wie man jetzt bei dem Auto jetzt hier schon schön sehen kann, er hat die schönen Klappschalensitze drin, haben ja die meisten GT-Modelle, beim Turbo gab es die auch exklusiv, will ich nichts Falsches sagen, konnte man damals mit dazu bestellen. Wie viele GT-Modelle, die Carbon-Mittelkonsole, konnte man klar beim Turbo auch mit bestellen, aber viele GT-Fahrzeuge wurden damit ausgeliefert. Wie sonst, die ganzen anderen Ambiente Sachen auch alle in Carbon, genauso wie die Einstiegsleiste. Finde ich auch ein sehr cooles Feature bei dem Auto, sieht super schick aus und macht natürlich noch ordentlich was her, wenn man die Tür aufmacht. Was hier sonst auch ist, wie man sieht, typisch GT-Modelle, immer Lenkrad, Schalthebel und Handbremse in Alcantara, beziehungsweise Wildleder, weil Porsche ist ja noch Wildleder. Die Türtafeln unterhalb, genauso. Es wird auch bei jedem GT2 meines Wissens nach so ausgeliefert. Man konnte optional noch dazu wählen. Viele GT3-Fahrer haben das auf jeden Fall gemacht. Alles unterhalb des Armanturmbretts auch noch in Alcantara zu beziehen. Wenn ich das hier aber richtig sehe, hat der Kandidat damals das große Lederpaket gewählt. Also beledertes Radio, genauso wie die Sonnenblenden komplett, die ganzen Haken, also einmal das ganze große Lederpaket. Finde ich auch sehr, sehr schick, aber meines Empfindens nach in so ein GT-Modell gehört einfach Alcantara oder Wildleder rein. Bin ich so gewohnt. Ist so auch mega schick, keine Frage. Man kann sich auch gerne mal von was anderem überzeugen lassen, aber in meinem Empfinden gehört sich das in einem GT-Fahrzeug. So, jetzt gehen wir mal eben schnell nochmal rüber zum Turbo. So, wie man beim Turbo sehen kann, der Turbo ist natürlich deutlich komfortabler ausgestattet, weil er natürlich dafür damals gemacht worden ist, um lange Strecken abzureißen und viel Spaß auf der Autobahn zu haben und nicht wie mit dem Gerät auf der Rennstrecke zu fahren und ja, die maximale Rundenzeit rauszuholen. Kann man natürlich mit beiden machen, kommt darauf an, wie man das Auto umbaut. Man kann den natürlich genauso für die Autobahn nutzen und so einen umbauen, dass man damit auch viel Spaß auf der Rennstrecke hat. Ist beides möglich. So, gehen wir mal auf den Turbo weiter ein. Also, Einstiegsleiste, Aluminium, ist meistens so bei den Autos. Gab es, glaube ich, auch in Carbon. Bin ich mir gerade ganz unsicher, aber ich meine, gab es auch in Carbon. Auch Lederpaket, Einstiegsleisten, genauso wie hier vorne, die Türgriffe, der Anguss hier auch alles mit beledert. Also, der hat hier auch ein bisschen größeres Lederpaket, aber nicht volles Paket. Wie man sieht, das Radio ist nicht. Die ist aber doppelt gestickt. Das hier ist auch extra gekommen. Also, das hier war definitiv auch mal eine sehr teure Ausstattung in dem Auto. Sonst, typisch 997. Die ganzen grauen Elemente da drin und die silbernen Zierleisten. Der Kunde hat nachträglich, um das GT-Feeling zu bekommen, passt natürlich auch zu dem Zweiradumbau. Natürlich das Lenkrad auch noch in Wildleder gemacht und den Handschalthebel. Also, alles, was man anfasst und regelmäßig in der Hand hat, hat man dann natürlich auch noch ein schönes, griffiges, besseres Gefühl, meines Empfindens nach. Gerade so ein Glattlederlenkrad, wenn man mal länger auf der Autobahn fährt und hat spitzige Hände, macht das Wildlederlenkrad schon deutlich mehr her und gibt ein besseres Gefühl. Ja, sonst, turbomäßig, er hat Rücksitze drin. Also, es ist ein ganz normales, vollwertiges Auto, wie man es auch ganz normal im Alltag bewegen kann. Trotz der 1100 PS, äh, 1000 PS, entschuldige, ähm, fährt das Auto super. Also, er macht super viel Spaß, der Kunde ist zufrieden, sonst hätte er das Auto ja auch nicht schon so lange und hätte es schon lange wieder abgegeben. Ja, ähm, ich würde sagen, wir machen nochmal die Heckdecke auf und schauen nochmal bei beiden hinten rein, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was doch nochmal zwischen GT2 und Turbo nochmal ein bisschen anders ist. Ich mach mal eben den Heckdecke auf. So. So, wie man hier sehen kann, sehen Sie relativ wenig. Der Porsche gibt einem ja nicht so viel Raum zum Gucken. Ähm, in dem Fall hier ist alles relativ original getreu geblieben. Er hat unsere Plakette bekommen, klar, nach unserem Umbau. Unser Ansaugsystem ist drin, äh, weiterhin das originale Turbo Y, genauso wie die Turbo Brücke. Ähm, also der hier ist schon relativ nah am originalen Porsche Turbo. Äh, klar, natürlich hat unseren großen Motor Umbau, 3,6 Liter mit großer Verstärkung. Das heißt, äh, Pläu gemacht, Kolben gemacht, Hubraum ist gleich geblieben, Block verstiftet, Einlass-Auslass-Nockenwellen, Kopf-CNC bearbeitet und unser Kopf-Steh-Bolzen-System. Ähm, aber noch mit einer normalen, normalen Kopf-Dichtung. Ähm, das ist noch eine relativ alte Evolutionsstufe. Wie gesagt, der Kunde hat sein Auto schon ein bisschen länger. Äh, ist damit aber so zufrieden, deswegen haben wir auch gesagt, wir fassen das jetzt nicht nochmal an und verändern das Never-Change-Running-System. Und ja, also, das zum Thema Turbomotorraum. So, ich würde sagen, wir gehen mal eben an den GT2 und ich mach beim GT2 mal eben den Heckdeckel auf. So, wie man hier erkennen kann, hier ist schon wieder ein bisschen mehr passiert. Ähm, klar, große Ausbaustufe, 1200 PS, das originale Y reicht nicht mehr. Das Plastik-Y platzt nämlich in der Regel bei 2-Ber-Ladedruck und für 1200 PS muss man da ein bisschen drüber und um dem fortzubeugen, haben wir dann dementsprechend unser eigenes Y hier verbaut. So, ähm, der hat jetzt auch noch einen Carbon-Luftfilter-Kasten hier drin. Also das Luftfilter-Gehäuse in dem Fall ist hier aus Carbon. Ähm, beim GT2-HS zum Beispiel gab es das ja auch aus Vollcarbon oder bei manchen GT2-Modellen hatten die das auch schon vorher drin. Ähm, beim Turbo gab es das, glaube ich, noch beim Facelift-Modell Turbo S. Ich glaube, den gab es auch mit Carbon-Luftfilter-Kasten. Da möchte ich nichts Falsches sagen, bin ich mir aber eigentlich ziemlich sicher. So, bei dem Auto, äh, wie man sehen kann, eine Alubrücke drin. Keine originale GT2-Brücke mehr. Die originale GT2-Brücke ist auch eine Aluminiumbrücke. Ähm, hat aber den Nachteil, sie hat oben ein Expansionsrohr, so nennt sich das. Das heißt, der Querschnitt wird oben nach dem Drosselklappeneingang sehr doll begrenzt, um die Luft sehr schnell durch die Ansaugbrücke in die Zylinder zu leiten, damit man mit den originalen VTG-Ladern ein gutes Ansprechverhalten hat. Da wir jetzt hier aber keine VTG-Lader mehr fahren, sondern sehr große Precision-Turbolader, ähm, benötigen wir dieses Expansionsrohr nicht mehr, wird uns in dem Fall Ladedruck klauen. Das heißt, man müsste den Motor ein bisschen überstrapazieren, den Ladern mehr Ladedruck geben, um den Verlust durch das Expansionsrohr auszugleichen. Deswegen fahren wir jetzt hier mit unserer Aluminiumbrücke voll verschweißt. Das Auto hat hier noch in dem Fall eine 89er-Drosselklappe, also 82 mm ist die Klappe innen drin. Bei dem ist auch die Original-Drosselklappe, wie es sich beim Turbo gehört. Bis 1000 PS reicht das in der Regel auch eigentlich aus. So, äh, was wir sonst beide haben, unseren ganz normalen Klappenauspuff, 76 mm, beide mit Cut zum Hauptstrom. Und, ja, also, ich würde sagen, ach genau, äh, was ich vergessen habe, noch zu dem zu sagen, das Fahrzeug hat aktuell 3,9 Liter Hubraum. Ähm, der hat, wie gesagt, von uns einen großen Umbau bekommen. Ähm, Hubraumerweiterung, andere Keulen, spezielle Pleuel, spezielle Kurbelwelle, Block verstiftet. Ähm, ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob wir in dem Fahrzeug noch einen originalen Motorblock haben, so wie im 997 Turbo. Der Motorblock 997 Turbo und GT2 ist nämlich gleich mit einer Ölspritzdüse. Nur bei den Hochdrehzahlmodellen, sprich z.B. beim 997 GT3, GT3 RS und bei den Cup-Fahrzeugen, gibt's Blöcke mit doppelter Ölspritzdüse. Die Ölspritzdüse bezieht sich da drauf und zwar auf die Kolbenbodenkühlung. Wenn der Kolben hoch und runter fährt, muss der von oben, von unten geschmiert werden. Und da hat man unten eine Ölspritzdüse im Block, die dann Öl nach oben fördert. So, die doppelte Ölspritzdüse hat natürlich den Vorteil, sie kühlt besser. Und gerade bei einem Auto, was hoch aufgeladen ist und eine hohe Zündenergie fährt und viel Temperatur im Brennraum ist, macht das schon Sinn, den Kolben von unten mit zu kühlen, damit er seine Wärme einfach besser wegbekommt. Und dadurch, dass wir in diesem Fall hier auch wahrscheinlich einen Hochdrehzahlmotor als Basis genommen haben, hat einfach den Vorteil, man kann höher drehen, der Lader kann größer sein, man kann sein Drehzahlband nach hinten schieben, ohne dass man große Verluste hat und kann die Leistung auch wirklich nutzen und ausfahren. Ja, ich glaube, sonst habe ich hier gar nicht mehr großartig viel zu erzählen. Beide Kunden sind sehr glücklich mit ihren Autos. Der vor allem, er hat schon viele Jahre. Hier waren auch schon viele glückliche, also was heißt, viele glückliche Besitzer, aber schon der eine oder andere, der sehr viel Spaß hatte mit dem Auto. Der Kunde, der zum Beispiel das Auto damals hat bei uns bauen lassen, hat damals auch noch ein GT3 ES umbauen lassen, auch mit demselben Umbau, auch mit Allrad und 1200 PS. Also wir haben sowas schon öfter gemacht. Die Autos fahren echt gut und die Leute sind zufrieden, sonst würden sie schließlich nicht immer wieder kommen und immer wieder uns ihre schönen Autos anvertrauen. So, ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen zu dem Thema GT2 und 997 Turbo. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit dem nächsten Video und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß mit diesem Video gehabt. So, bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.